Die Plattenalm, das etwas andere Skirestaurant. Dort, wo Plattenkugel Express 1 und 2 zusammentreffen, befindet sich eine der urigsten und zugleich modernsten Skihütten der Region. Wartezeiten sind hier unbekannt. Eine unglaubliche Vielfalt an hervorragenden Speisen, eine riesige Sonnenterrasse, Livemusik und urige Atmosphäre. Die Plattenalm ist einzigartig in der Zillertal Arena. Egal ob Sonnenanpeterin, Tiefschneefreak oder kulinarischer Genießer, hier auf 1700 Meter Seehöhe mitten im Zauberland können sie die Seele so richtig baumeln lassen. Und das bei Preisen, die mehr als familiengerecht sind. Abends wird aus der Skihütte ein urgemütliches Restaurant. Die Plattenalm, ein unvergessliches Erlebnis für jung und alt.